Endlich bei der Polizei! Steff! Wie kommst du denn da rauf? Das ist Johanna Grevel. Eine Praktikantin mit Universitätsabschluss die Staatsanwalität werden wird. Madame! Okay, es heißt ja aller Anfang ist schwer. Gesundheit! Hör mal die Pfoten aus dem Schranknippchen oder zieh die Handschuhe an. Ich hab gar nichts angefasst. Ja, das waren sie alle. Unter! Aber, wieso kriegen die Jungs den ganzen Spaß? Ich wollte eigentlich mit. Gleich in der ersten Dienstwoche. Und ich steh hier nur rum. Mach was draus. Entschuldigung, aber es wäre wichtig. Raus! Was hier fehlt ist mein richtiger Anpfiff! Der Tatort. Sonntagabend in 1 Festival.